Herr Kai Diekmann, da kommt jetzt eine Weisheit. Stellen Sie nie einen in Frage, der eine Idee hat, denn... Sie können ja realisierbar sein, Sie können sich ja umsetzen. Das wissen viele, Gebilder, Ride oder auch zum Mond fliegen, Leute hätten es unundenkbar gehalten, aber der Punkt ist einfach, er könnte ja damit Erfolg haben. Mohammed Ali hat 1960 die Goldmedaille wegen Rassendiskriminierung in den Ohio River geworfen, die er in Rom gewonnen hatte. Nach 36 Jahren, 96, in Atlanta bekommt er sie zurück. Ja, aber warum? Weil er Zeichen gesetzt hat. Genau, weil Leute wächst.